So dumm, ey. Der macht nichts anderes außer einfach Top-Pushen. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt so. Er macht immer noch weiter. Junge, 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 Junge. Ich hasse so Split-Boot-Gems. Junge, jetzt geht der Bot-Lane durch. Es ist so eine Scheiße. Wie kann man das Spiel so enjoyen? Der macht ja nichts außer PVE-Zocken. Na, Freunde. Ein schöner Abend-Zock jetzt hier. So, let's go. Ich hab so Bock auf Zockung, Leute. Lass auf den Trennungsschmerz-Kutcher-Stream gucken. Ach, Mann, Lorenz, Kopf hoch. Das geht vorbei, auch wenn du es jetzt nicht hören willst. Ganz viel, lieber Mann. Jurek ist ein ekliger Scheiß-Champion. Gucken wir mal, ob wir das überhaupt hinkriegen. Oh, schade. Das wäre huge damage gewesen, wenn ich den noch treffe. Junge, der Schaden. Was? Hä? Okay. Ich bin Base gegangen, ey. Crazy. Puschen wir das irgendwie raus, wenn es geht. Meine Ultimate ist ausgelaufen. Oh, wie bitter. Ich hab nicht drauf geachtet. Shit. Wer ich töten können. Jo, was ist das für ein Champ, Freunde? Mann, lass mir doch den Kill. Ach, da kriegt er einen traurigen Smiley für, Leute. Ich hab nichts schlimmeres, als einen traurigen Smiley reingeduckt zu kriegen. Da wir dann auch die ganze Nacht dran zu knabbern haben. Wie gesagt, Champ, hier macht so einen dummen Schaden, ohne dass der überhaupt an mir dran ist. Das ist so dumm. Was ist denn das Counterplay für mich? Ich kann doch, also, ich muss ja dieses E-Dotschen. Das mach ich ja. Und ich krieg trotzdem so viel Damage. Crazy, actually. Ich hab öffnen Sekunden, kann ich ihn da killen, wenn ich seine W-Dotsche? Oder seine Ehe, was immer das ist. Hä? Was war das denn? Wo war der Schaden? Ich dachte, der wäre safe tot. Okay. Okay. Nice. Geiler Raum von Leona immer noch. Nice. Du bist der Dieb, Freund. Leona, ein bisschen zu viel Bock jetzt. Okay, sie ist ein kleiner Smurf, wa? Das ist so huge für mich. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich ihn nicht executed kriege, ey. Okay, mit dem Leandris. Jetzt wird gefischtet. Das war das bessere Wort. Weiß ich auch nicht. So, 30 Sekunden haben wir wieder Ult. Oh, der arme Jorik. Der arme, er will den Turm. Und er wird ihn auch kriegen, aber er wird sterben. Mit seinem Leben dafür bezahlen. Ich finde das so geil, wenn man mit dem Harald die Leute hochnockt, wa? Kann ich ihn killen? Ich hab Ignite Up. Kleiner Schatz, mein funkelnder Stern am Himmel, mein aufblütende Rose am Dornenbusch. Ja, das bin ich. I'm not wasting life again. Und raus hier. Das ist so dumm. Guckt euch diesen Schaden an, Alter. Ich hab jetzt oben durch, der Scheiß. Scheiß Jorik. Das ist so dumm, ey. Der macht nichts anderes außer einfach Top-Pushen. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt so. Er macht immer noch weiter. Junge. Junge, Junge, Junge. Ich hasse so Split-Boot-Gems. Junge, jetzt geht der Bot-Lane durch. Es ist so eine Scheiße. Wie kann man das Spiel so enjoy? Der macht ja nichts außer PVE-Zocken. Ist doch turbo langweilig. Ganz Nasus- und Jorik-Spieler, Leute. Das verstehe ich nicht. Nicht meine Welt. Er spielt StarCraft. Ist halt wirklich so. Kann man nicht töten, Mann. Das kann ich mir abschminken, leider. Das ist auch die Piet, oder was? Was ein B***, Mann. Ohne Witz. Okay, ich werde turbo gefehlt, jetzt. Wait, der Smaller hat den Jorik gekillt? Ignitet der mich noch, der Schlawiner. War trotzdem geiler Zock. Mit der E einen Kill zu holen, also mit der E1, ist auch so satisfying irgendwie. Macht Ende. Ich will ins nächste GG. Erstes Game im Abend Stream. Erste Win. Oh, müssen wir gegen Taliyah. Taliyah. Wie man sie in den Fachkreisen nennt. Jetzt wird der gedodged. Oh, wir müssen gegen Kiana. Okay, das wird geil. Ich bin ohne Ignite. Das ist geil für mich. Geil, geil, geil. Sehr geil, das fällt für mich. Die ist nicht schlecht, die Kiana. Die ist ja locker auch mindestens Master vom Playstyle her. Ach, Mann. Matchabsonst Eben? Nee. Akali gewinnt hart gegen Kiana. Ich hätte nicht mal flashen müssen. Boah, das war eigentlich ziemlich sick von mir gemacht. Schade, dass ich da nicht überlebe. Puh, das war close. Habe ich in der Movement Speed von Lichman aber gut gerettet, du? Oh, das war's. Nice. Ja. Ah. Neah. Daah. 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 Joke! Nice hab ich Schade. Oh, shit. Oh, wir haben Furnace solid. Und jetzt? Achso, die haben aufgegeben. So. Geil. Wir gehen Richtung Diamond langsam auf dem Account. Richtig geil. Und es läuft immer noch richtig gut.